So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Wir werden eine Durchflussmessung mit dem handelsüblichen Ventil durchführen. Da ist es und wir haben es ein wenig präpariert, sodass wir oben ein Liter Wasser zufüllen können. Dazu füllen wir genau einen Liter Wasser ein. Noch ein bisschen, glaube ich, genau ein. So, das ist doch genau ein Liter Wasser, oder? Wir befüllen die Anlage. Auch die professionelle Anlage tropst ein bisschen, aber vielleicht liegt es ja nur an unserem Schlauch. Wir nehmen natürlich auch gleich die Zeit. Und, sieht man die Zeit? Los geht's. Ah, was eine Dauerei. Das waren genau, sieht man es, 15 Sekunden. Buhne, ja. Den Satz kann ich jetzt schon auf Türkisch. Buhne, ja. Untertitelung des ZDF, 2020